Aber wenn du mit der Religion spielen willst, wie zum Beispiel eine Person, er sagt zum Beispiel, ja, ich will die Religion so, wie ich sie liebe. Jetzt suche ich nach den Fehlern von den Gelehrten. Sind Gelehrten Menschen, ja oder nein? Machen sie Fehler, ja oder nein? Jetzt sucht er nach den Fehlern von den Gelehrten. Und verzeiht mir, dass ich das sage, du wirst Gelehrte finden, die haben natürlich Fehler gemacht. Aber manche Gelehrte haben dir gesagt, der Analverkehr ist nicht verboten, weil sie nicht die Hadithe dafür kannten. Manche Gelehrte haben dir gesagt, das Weintrinken ist erlaubt. Manche Gelehrte haben dir gesagt, Al-Mut'a ist erlaubt. Mut'a ist Zeit-Ehe, das ist Sinner, nichts anderes. Manche Gelehrte haben dir gesagt, die Musik ist erlaubt. Manche Gelehrte haben dir gesagt, Al-Mahdi kommt nicht. Und jetzt sollen wir so unsere Religion... Jetzt nehmen wir ein Buch der Gelehrten. Nein. Ich darf Sinner machen. Ich darf Musik hören. Ich darf, ich darf... Dann bist du ein Fels. Verstehst du, was ich meine? Der Gelehrte ist entschuldigt. Er hat Itch-Di-Had gemacht, hat sich abgemüht, aber falsch gelegen. Und trotzdem kriegt er seinen Lohn. Weil er hatte eine gute Absicht. Aber wir, weißt du, dass bestimmte Sachen beim Geschlechtsverkehr verboten sind? Ja oder nein? Natürlich. Das heißt nicht, dass wir jetzt sagen, aber es könnte doch sein, dass im Laufe der 1300 Jahren ein Gelehrter existiert hat, der mir das und das erlaubt hat. Dann sagen wir ihm, du hättest gar nicht bereuen brauchen. Bleib bei deinem Weg, wie du früher in der Jahiliah warst. Hör weiter Musik. Mach weiter die Sinner. Und mach weiter dieses und jenes. Wo ist der Unterschied? Wozu hast du bereut? Aber er möchte sich so ein kleines Büchlein machen, Achil Karim, ein schlaues Büchlein. Und bei Allah, der ist nicht schlau, sondern der ist ein Irregehender. Und da will er dann dir sagen, das ist die Religion. Und diese Religion oder diese Fehler von den Gelehrten haben nichts mit der Religion zu tun. Aber so will er leben.